Erstes Online-Rennen in Spa, gutes Qualifying, Dreher in der ersten Runde, gut zurückgekämpft, aber dann kam Stuckenberger. Ich bin stark verslaufen. Ja, es ist so aus den Busch, wie geht's schon? Ah, Blackmesa. Car on the left. Eiii, naaa, das ist der aber nicht wahr, ey. Wie ihr jetzt rausgetraut. Warum habe ich keinen Retourgang? Aber mir hat es bei der ersten nicht wirklich beschleunigt, komischerweise. Es sind Zwecke gefahren und bei mir hat es die ganze Zeit noch immer der Limiter. Aber ich habe aber gar keine Anzeige gehabt, wie ich mich in den... Ich auch nicht. Nein, das war das mal auch nicht so, ja. Das war ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist ein Schild, der wir schon bereitsteht. Ob zu Minuten, ja, das wird Ecke für einen Knack. Schaust du zu? Ich bin das Siebte, ich sehe es nur von der Ferne. Achso. Ich bin vor mir Graz und ich sehe auch nichts im Wachen, wo der Brennpunkt ist, was der Stau. Es ist doch gar nicht. Jawohl, ich bin noch einen Schritt aufgelaufen. Ich bin vor dem Punkt aufgelaufen. Ah, das tut es pro Runde, tut es das Ranken, ich meine auch Ranken. Ah ja. 34. 41. Ich habe auch einen 41. Ich habe auch einen 41. Entwederrücken, weil ich weiß, die Entschläung bin, ob siehealthig opioistische websitesinNEQIN. Fähig! Ah, das hast mich gesagt. Der Markserede, da ist die instadern. Schau, ich bin los, Sechster! Aber irgendwas ist bei meinem Auto vollkommen, ich muss das! Dann fängt ich in die Fahrzeugen ein und das ABS ist voll mit oben! Ja, das war mir gut, das ist richtig. Ich muss mich nicht mehr durchführen. Super, super. Yellow Flagge 5,00 Uhr. Ja, das ist ja mir nicht. Ihr könnt es ja. Ja, ich bin ja schon mal hier. 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 Und kurz auffüllen, wenn er bleibt. Und überruht. Erst langsam. Ja. Ich weiß nicht, ob er die Bremspunkte kommt. Aber deswegen kann er auch umschfahren. Die nicht. Also er kann vielleicht die Einlenkpunkte, aber die Bremspunkte nicht. Aber man ist an der er kann das schon. Jetzt fährt der Hund mal hinten rein, Alter. Dein. Trottel. Jetzt müssen wir rein. So, wenn nichts kommt. Mit Blät geht das jetzt wirklich komisch. Reifendruck. Okay. Okay. Hä? Jetzt die Nummer 96. Reifendruck ist gut. Stuck, ich weiss, wo jetzt 96 ist. Ja, sicher. Das Auto hinter mir. Nein, ja. Ach, 15 Sekunden. Struff. Der Kröck. Wo man hinten rein gefahren ist. Ja, 126. 10L. Jungs. Wir haben den Boden dreyer gerne. Wir haben ihn. Wir sind alle 2,10L. Wir sind alle 2,10L. Wir sind alle 2,10L. Bestelltenrecks��. 1,21, ah 2,21, 6 2,21, 6 Was sefst du das Beste? Sie ist lila, mein Zeit Du gibst zwei Gas und du hast ein Auto, das er im Motor hinten hat, das hat mir der Typ letztens erzählt, oder? Die sind am schwarzen zum Stern. Hä? Jeng oder nicht? Na? Ja, ja! Ich bin das Gelob von draußen. Bist gebannt worden, oder was? Ah, die fliege ich noch mal, die ist gut. Und gleich mal. Alter, wo ist das jetzt? 23. 1. Sehr stark. Sehr stark. Wie gesagt, du musst ihn nur an das Auto bringen. Ich verstehe dich so schlecht, Stucke. Beim McLaren hast du hinten auch einen Motor drin. Erst du schreist und so. Der Schiff hat gesagt, der versteht mich nicht. Ja. Ja. Jetzt ist er hinten drinnen. Na ja, na ja. Und dann den Piers. Ja. 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 1.23 Das heißt, um ein Personalfestheit, ich war ja 23.1. Vielleicht war es ungültig. Aber bergmesser, ich bin ein Mensch, der etwas angöten lässt, wenn man einmal eine super Runde und es war ungültig zusammengebracht hat. Nicht so wie so Stuckenberger und so. Alter, ich, ich habe das hier unten immer geguckt, das ist gut so. Geh noch weg, geh noch weg, wen hat es da aus der Draht? Auja. Auja. Wie ist das jetzt auch so, in der Stadt? Aber wenn du einmal kurz drüber bist, hast du... Ich sehe nicht, dass du bis da unten schon drüber bist. Das ist vielleicht auch noch ein paar Hundertprojekte. Das kommt schon, Black Mesa. Black Mesa war kein Ding. Nein. Bitte, Stucke nicht! Ah, Chef! Alter, geh kommen! Ja! Das war das Rennen meines Lebens, Alter, wirklich. Stucke, du bist ja Blufleck gewesen, Alter. Ich bin eh ganz rechts gefahren. Die Ideallinie ist genau da am Körper, wo du warst, Alter. Da kannst du voll durchziehen. Alter, du hättest schon früher noch links gelegt, bis heute. Ich kann nicht noch links gehen, wenn ich voll am Gas stehe, Buh! Nein, du... Jetzt haben wir die Rennen da so. Du, Scheiße. Stucke, magst du nicht so offensichtlich? Jetzt haben sie Chance am Sigg gehabt. Ich war schon Dritter, Alter. Ich habe alles abgeholt nach meinem Dreher. Ne? Jetzt fangen gleich ins Heulen an, Hörst. Schnell, du hast da fünf Sekunden Zeitstraffelte keinen sehen können. Ja, ja, weiß ich eh. Ach, der geht in die Pitclin. Das tut mir wirklich leid, ich habe wirklich nichts zu tun. Alter, ich kriege ein Podium. Ich war wirklich nicht wieder. Ja, ich bin Dritter. Also nur für fünf Minuten durchfahren. Mein Erster ist ja innen, da haben kein Podium. Nein, voll verdient das Podium. Nein, so wäre er schon im Dreher raus vor oben. Ja? Du musst voll oben pressen. Nein, das tut mir nicht weg. 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 Ja. Obwohl, jetzt habe ich es gerade gar nicht gut getroffen. das war das problem bei dir jetzt habe ich es auch gespürt jetzt ist es reingekommen du darfst nach dem außenkörb nicht zuhause hat es dir aufgekommen und dann bist weg und du bist weg du darfst den körb überhaupt nicht nehmen es ist das erste mal den körper du darfst den körb überhaupt nicht berühren, ich habe noch nie berührt jetzt das erste mal ich bin am arsch ja aber trotzdem bin ich am arsch kann er ruhig in den dritten platz gehen nein, das will ich jetzt nicht mehr ich hätte ihn im ersten holen können, ich habe den so viel Zeit genommen und dann hat es den anderen draht vor mir ja, vielleicht kommen wir zu denen dazu, wie der Buben jetzt bin ich jetzt bin ich dritter naja, das geht sie nicht mehr aus naja, das geht sie nicht mehr aus jetzt bin ich nur ruhig naja, aber doch, das ist ein das ist ein Gegner vor mir dabei ist das ein Markzügler du weißt dich doch nicht ja, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich wieder mal, ne ja ja, aber das tut mir wirklich lange aus das tut mir wirklich lange aus ich bin vierter das war ja schon wieder ich weiß das war ja schon wieder wie gesagt, du kannst dritter kommen na ja okay entweder ich formen oder ich würde ihm nicht du hast immer die Schiege geschenkt die Schiege geschenkt die Schiege geschenkt die Schiege geschenkt das ist wirklich der Stuttenberger da vor mir die Schiege geschenkt ich schau schon wieder ja, was hat das denn jetzt so, lass mich jetzt vorbei nein oh, Alter jetzt habe ich nichts da ich bin ganz rechts gefahren das ist schön wirklich da ist schon wieder Draht oder das Stucke schon wieder eine gefahren meine Lenkung ist hin ich habe nichts da meine Lenkung ist hin ich kann nicht mehr fahren ich bin sogar am Körb gefahren ich bin jetzt zum nächsten Mal wo